Diese zur Miete angebotene Verkaufsfläche befindet sich in Versmold. 1953 wurde diese Ladenfläche erbaut. Das Objekt weist eine Verkaufsfläche von ca. 68 Quadratmetern auf. Die Mietkosten pro Quadratmeter der Verkaufsfläche belaufen sich auf monatlich ca. 500 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017